Gegen elf Uhr an diesem Abend. Scheint er gestört worden zu sein. Woher weiß man das, Mr. Do? Das hat mich auch frappiert. Die Antwort ist, weil Farrow ein Diktiergerät benutzte. Eine Kopie des Bandes mit seinem letzten Diktat liegt uns auch bereits vor. Ich habe mir die Aufnahme vorhin schon angehört. Wirklich hochinteressant. Wie soll ich es Ihnen vorspielen? Das wäre sehr nett von Ihnen, Mr. Do. Moment. Ich brauche nur den Apparat anzustellen. Alle vorgefundenen Exemplare wurden in einer Reihe von Tests unterzogen. Der bei fünf Exemplaren einwandfrei festgestellte Fluoridgehalt bedeutet ohne jeden Zweifel, dass sie aus einer Führerperiode als zunächst angenommen stammen müssen. Aus offensichtlichen Gründen ist eine exakte... Gleich, wenn Sie nun einen sehr merkwürdig Geräusch haben, da unterbricht sich Farrow, als ob er horchte. Auch er muss es also gehört haben. Der Meinung, dass man angesichts der vorliegenden... Bin ich der Meinung... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020